Was ist das für eine Welt? Reichtum, Armut, Not. Hände strecken sich noch aus nach einem Stückchen Brot. Nach einem Stückchen Brot. Raketen fliegen atomschnell zu einem anderen Stern. Auf der Straße liegt ein Mensch, hätt ein Obdach gern. Hätt ein Obdach gern. Manche leben in Saus und Braus. Was kostet ihnen die Welt? Manche Kranke bleiben krank. Denn sie haben kein Geld. Denn sie haben kein Geld. Viele Kriege gibt es noch, wo das Blut fließt rot. Eine Mutter sucht im Schutt, doch ihr Kind ist tot. Doch ihr Kind ist tot. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und die Welt ist tot, wo das Blut fließt. Was ist das für eine Welt? Reichtum, Armut, Not. Hände strecken sich noch aus nach einem Stückchen Brot. Nach einem Stückchen Brot. Nach einem Stückchen Brot. Untertitelung des ZDF, 2020